Ich heiße alle Einwohner, die heute hier in unserer Gemeinschaft herzlich willkommen. 12,000 Menschen. Die Gründe beträgt 5,000 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 Menschen. 13,000 Menschen. Die Gründe beträgt 6,000 Menschen. 1,061 in Poland. 3,000 Menschen. 3,000 Menschen. 3,000 Menschen. Wir sind in Katowice, das sind wir 60 km. 70 km direkt zu Katowice. Wir sind Katowice, haben wir hier 62 m. 100 km zu Krakowa, wo Sie stehen sollen? 120 km bis zu Kakao, wo Sie sein werden. 300 km bis zu Wiener. Und 1300 km bis zu Wiener. Und 1300 km bis zu Ruxelles. Wenn wir sehen, dann sind wir in Mitte Europas. Wir sind in Mitte Europas, wie Sie sehen. Und Sie zeigen, dass Sie hier sind. Wir sind in Mitte Europas. Und Sie, Sie, Mitte des Europas. Wir sind in Mitte Europas. Wir sind in Mitte Europas. Das alles, was in diesem Projekt, in diesem Projekt, kommt auch in unserem Leben vor. Und das wir unser ganzes Leben lang entwickeln. Und weil wir das ganze Leben versuchen zu lernen, ist auch eine gute Möglichkeit, auch etwas dabei zu lernen. Wir kennen uns um, dass wir uns konsumieren. Die Grünen sind uns, die wir aus. Diese arabische peace sind uns, wie wir sind. Die Sprache und traditionelle Sprache. Nein, egal ob die Unterschiede zwischen uns, Kultur, Traditionen und Sprachen, wir wollen uns hier treffen und einander besser kennen. Aber wir wollen uns hier treffen, weil wir uns hier besser kennenlernen können, dass wir uns hier besser kennenlernen können, damit wir uns hier besser leben können. Aber eine Sache, die wir in der Gemeinschaft haben, ist, dass wir uns besser kennenlernen, um uns zusammenzuwirken und besser durch unsere Leben zu unterstützen. Wir haben eine Gemeinschaft, dass wir uns hier besser kennenlernen, dass wir heute da sind, damit wir alles machen, um die Unterschiede aus dem Weg zu schaffen. I tego wszystkim uczestnikom tego spotkania z całego serca życzę. Jeszcze raz witając Zebrzydowice, na ziemi cieszyńskiej i w Polsce. Dziękuję bardzo. I wish you all the best. Welcome to Polish Region, to Zebrzydowice. Have fun, enjoy your stay in Poland. I wish you everything good and a good work. And a good work to be with you. On a good work to be with you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Vielen Dank. Vielen Dank.